was geht ich glaube ich weiß wer der cover athlete von nba 2k 25 wir gucken uns die beweise jetzt mal in diesem video an das video wenn es euch gefällt wenn ihr mehr news zu nba 2k 25 wollt und schreibt mir euren verdacht auch gerne mal in die kommentare auch vielleicht option b und c als ihr noch weitere ideen habt wer der cover athlete von nba 2k 25 werden könnte wir gehen rein gehen mal auf twitter und gehen auf die seite von nba 2k und sehen dass sie ihr profilbild geändert haben das profilbild haben sie geändert ich glaube ziemlich genau nach dem feststand dass die boston saltex nba champion sind und das hat schon zu vielen so in vielen so die bewegung gebracht ja okay jetzt beginnt die promo phase für das neue spiel und ich denke auch weil die letzten tage seitdem boston champion ist hat sich noch ein bisschen was getan auf dem profil von nba 2k und zwar haben wir hier einmal natürlich die ganzen gratulations sachen bla 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 und dann what if winning is just the beginning jason tatum congrats to the celtics on a dominant run und dann dieses video wo man kann ja schon sagen jason tatum in der hauptrolle ist warum warum jason tatum jaylen brown ist finals mvp boston celtics haben generell ein ziemlich geiles team es wird hier nur jason tatum gefeatured und danach kommt dieses ding hier mit nba 2k sehr sehr interessant das eigentlich schon der beweis und jason tatum hat auch geriet und das ganze ist auch angepinnt auf der seite von nba 2k auf der ex seite auf der twitter seite also ich denke dass wir jason tatum als cover athlete in nba 2k 25 sehen zumindest für die standardversion ob es dann für die extraversion jetzt zum beispiel dieses jahr bei der kobe edition andere spieler sehen werden wahrscheinlich historische spieler oder so das wird sich zeigen jetzt ist rassel gestorben wir wollten gestorben es ist jetzt jerry west gestorben mal gucken ob sie die ehren ob es irgendwie noch mal eine legends edition gibt mit den ganzen verstorbenen spielern bin ich mir nicht sicher ansonsten ja also irgendwie weiß alles auf jason tatum und ich weiß nicht was eine andere option wäre nee nikola jokic als neuer neuer alter mvp oder neuer mvp der es schon wieder geworden ist ist er verkauft zu wenig jason tatum ist ami das kommt in amerika bestimmt gut an wenn wieder ein amerikaner auf dem cover ist es also ich würde meinen arsch darauf retten ja ich bin sehr gespannt was jetzt die nächsten tage noch so rauskommt bei nba 2k ist ja generell so da wird der cover athlete genannt dann wird keine ahnung gesagt was alles neue features im game sind dann werden die ratings veröffentlicht dann wird noch der soundtrack veröffentlicht ich bin gespannt was nehmen sie raus was nehmen sie neu dazu im game was passiert mit my team das wird sehr sehr spannend ja die nächsten wochen werden interessant ich werde weiterhin videos dazu bringen wenn ihr diese videos support natürlich umso öfters weil sich das dann für mich auch etwas mehr lohnt wenn ihr den alkohol post wenn ihr die videos support und jetzt will ich gar nicht mehr zu viel rumlabern eure zeit verschwenden leute wir sehen uns beim nächsten video wieder ich bin erstmal raus bei bei